Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Merkirks Let's Plays der Aufstieg Grave Instance. In der vergangenen Folge haben wir angefangen die Mauer so weit weiter zu ziehen bzw. da haben wir eigentlich das richtige Layout von der Mauer eigentlich schon mal fertiggestellt genau und genau da würde ich dann heute letztendlich auch weitermachen bzw. diese wunderbare Ecke darf jetzt noch ein bisschen vergrößert werden wir haben ja leider festgestellt dass hier etwas zu klein geworden ist also wäre es vielleicht gar nicht so schlecht wenn wir den ganzen anderen Kram den wir jetzt nicht brauchen wobei das brauche ich ja noch den ganzen Kram den wir jetzt aktuell nicht brauchen erst mal da rein tun einfach damit das damit wir jetzt los sind dass wir jetzt die die Taschen und den Kopf auch erst mal frei haben und uns dann wirklich in aller Seelen Ruhe der Felswand wollte ich gerade sagen na wie heißt das Ding jetzt der Plattform widmen können das ist ganz gut wie weit wollen wir denn überhaupt rausgehen 3 Blöcke 4 Blöcke das ist jetzt natürlich die Frage wir können ja erstmal das ein Stückchen na komm ein Stückchen weiter ziehen eins und noch einen mal kommen ein ach jetzt ich möchte da wieder hier ran nicht okay dann bleiben wir schon mal bei 2 3 naja 3 sollten nur rein theoretisch reichen wenn wir jetzt so dran denken dass wir da dann 3 rausziehen 1 2 3 und da hinten würde ich vielleicht ein davon kleben dankeschön ähm gut dann müssen wir natürlich auch die äh die neue Wölbung da rein zimmern ich glaube das mache ich dann doch lieber von oben ist ein bisschen angenehmer als von hier unten so daher ist das natürlich die Frage wie die am besten gestaltet werden will 1 da habe ich das mit 2 gemacht ja machen wir dann hier vielleicht mit 3 1 1 und 2 das waren 3 ich komme da mal nicht hin hello das waren ja 2 genau dann machen wir mit einem weiter ja ich weiß letztendlich nicht mehr ganz so rund wie das hier auch noch ja wie das hier noch das hier sieht jetzt schon etwas anders aus das hier sieht jetzt schon etwas anders aus okay den lasse ich erstmal temporär da ähm erstmal eine Länge von 3 bitte 1 und 3 dann bin ich runter gegangen und habe 2 gemacht 1 äh war mein Ding 2 ja gut man muss sich überlegen wenn man das hier einfach so macht 3 2 2, 1, 1, 2, 3, äh, warum nicht? Ich denke, das kann man nicht so lassen, das geht als Kreis durch, oder? Genau, da kann man den Kram nehmen, den wir nicht brauchen, natürlich auch da wegnehmen. So, dürfen wir mal runterfallen, weil es auch Spaß macht. Und tatsächlich können wir uns dann auch gleich wieder in die Haier begeben, es ist ja schon recht dunkel. So, und ich meine, klar, die, die Plattform, die wir jetzt hier haben, beziehungsweise die, diese Wand hier, die darf dann natürlich auch weichen. Kriegen wir da ein bisschen Material ran, das ist doch gar nicht so schlecht. Gut, als ob wir jetzt irgendwie Materialmangel hätten, aber, aber hier ist ja, äh, Verschwendung, das ist jetzt nicht, nicht immer mein Ding. Ich meine, klar, auch ich, äh, gehe teilweise etwas sorglos mit dem Material um, das weiß ich. Aber so der Regelfall, das ist ja zum Glück nicht. So, na dann, äh, einmal hop in die Haier und dann weiter basteln. Ach, verdammt. Ja, ich gehe doch schon ins Bett. Ich kann ja nicht so viel, wenn ich die Fackeln daneben schmeiße. Ja, können, na, ich will das Wasser nicht vergessen. Na so. Ähm, haben wir noch mehr Material liegen? Ne, das ist eigentlich alles gewesen. Ist ja hier unten noch irgendwas. Ja, ja. Perfekt. Dann. Vielleicht geht's auch mal weiter. Jo, äh, nachja, ich hätte eigentlich Digi-Line auch direkt mit dem König-Trottel. Das Schöne daran ist ja, dass ich jetzt hier drunter springen muss. Ey. Ja, aber du musst doch gar nicht runter. Oh. Ich sollte vielleicht mal wieder ein bisschen Fleisch in die Tasche nehmen. Es wird so lange so ein bisschen knapp mit den, mit den Nahrungsversorgungen hier. Also, was es die Nahrungsversorgung in meiner Tasche betrifft. Jo, auf der Festung haben wir natürlich noch mehr als genug Zeug liegen. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Hm. Warum baue ich das eigentlich nur an der Stelle hoch? Das wäre vielleicht, glaube ich, ein bisschen sinnvoller, wenn ich einmal so wunderbar wieder Reihe für Reihe mache. Na. Jetzt sind wir jetzt da. Vielleicht so ein bisschen lang und da. Da kann man nicht ich hier finden. Im normalen Ziel hinsetzen da auch. Und dann kann man hier vielleicht ein bisschen rissig lang gehen. Und da meinetwegen auch. Ein bisschen Bruch. Und ein bisschen Stein. Dazu sage ich nicht nein. Wieder was rissiges. Und hier vielleicht auch nochmal. Ja, meinetwegen noch ein Bruchstein dahin. Keine Schaden, muss nicht helfen. So. Dann kann man vielleicht noch ein bisschen an die Zitil klatschen. Und da hinten in der Ecke vielleicht auch nochmal. Wenn ich dran denke, heißt das. Nee. So. Genau, hier hätte ich noch ganz gerne ein. Dankeschön. So. Wie viele Reihen sind da jetzt überhaupt noch? Eins. Äh. Drei. Und dann kommt die Fläche darauf. Na gut. Kriegen wir hin. Ähm. Genau. Im Bruchstein würde ich jetzt erst mal. Okay. Danach kann man den auslaufen lassen. Beziehungsweise. Ja. Punkt. Wunderbar. Hä? Okay. Dann würde ich hier vielleicht auch ein bisschen von dem Zwecken klatschen. Und ähm. Da haben wir hier nochmal einen Bruchstein. Und das war es dann auch an der Stelle. Mit dem Material. Genau. Gut. Dann nochmal ein Bruchstein. Ähm. Wieder einen wunderbaren Andeat. Hier hinten vielleicht auch nochmal einen. Klatsch. Oh. Dann. Wieder ein bisschen mit Steinzibel arbeiten. Würde ich mal. Ganz schwer behaupten. Und hier an der Stelle vielleicht noch wieder ein bisschen Bruchstein. Dankeschön. So. Wunderprächtig. Dann haben wir es ja eigentlich fast. Abgehakt. Hier noch so ein bisschen. Und dann kann man da vielleicht auch wieder ein bisschen Bruchstein reinkleben. Und dann mal einen richtigen. Ja und jetzt. Brauchen wir noch die letzte Reihe. Mit der läufigen Fläche drauf. Genau. Läufig ist die Fläche hoffentlich nicht. Ich wüsste jedenfalls nicht mit welchem anderen etwas sich dann paaren wollen würde. So. Darf ich gleich nochmal einen Bruchstein und. So. Wunderbar. Okay. Dann. Moment. Das ist die Gangfläche habe ich gesagt. Da oben darf doch dann eigentlich gar keine Bruchsteine rein. Das habe ich ja völlig vergessen. Ach Mensch. Da habe ich aber auch Bruchstein drunter. Aber nur an der Stelle. Ist hier noch irgendwo Bruchstein? Nein. Wunderprächtig. Dann kann der natürlich auch nochmal weichen. Du kommst weg. Dann fällst du halt runter. Ist ja nicht mein Problem. Dann bleibst du halt unten. Ganz alleine. Und musst weinen. So. Dann haben wir noch einen Bruchstein. Dann muss ich natürlich auch noch wieder weg. Zack. Und. Ja gut. Wunderbar. Das sind jetzt. Richtige. Und Zeug. Und Zeug. Okay. Also. Letztendlich das was wir jetzt noch auf Tasche haben. Ja. Wunderbar. Na ja. Da ist ziemlich viel Rissiges. Sollte sehe ich gerade. Da sollte man sich vielleicht ein kleines bisschen zusammenreißen. Ähm. Jo. Sprache und baut ja trotzdem einen Haufen. Na. Von dem richtigen Gedönschen. Man kann es. So. Einmal zugemacht. Den Spaß. Wunderbar. Jo. Die Höhe ist auch vorerst brauchbar von dem Ding. Ganz nach unten gezogen haben wir das ja jetzt noch nicht. Das hat er jetzt. Ja das hat er jetzt wirklich bloß die Ursprungshöhe von der Mauer. Ja genau. Da fehlen also rein theoretisch noch die letzten drei Blöcke. Die könnte man natürlich wenn man wollte gleich direkt ranziehen. Oder? Ich meine ich weiß jetzt sowieso noch nicht so genau wo die Felswind am Ende anfängt. Aber schlecht wäre es ja in der Theorie nicht unbedingt. Das geht doch mit der Plattform da oder? Ja ja doch doch doch. Kann man schon so lassen. Ja und tatsächlich bin ich gerade im überlegen ob wir das denn eigentlich wirklich einfach mal nochmal drei Blöcke tiefer ziehen. Ja ja doch nochmal drei Blöcke bitte. Ja genau. Eigentlich braucht man bloß diese Ecken und generell diese Wölbung hier. Ja der Rest kann ja eigentlich sofort nah so weit frei bleiben. Das ist ja dann sowieso innerhalb der Mauer. Wenn man da noch was anders gestalten möchte dann kann man das ja nachträglich nochmal. Äh. Vollführen. Darauf habe ich echt die ganze Zeit gewartet. Das wäre einfach runtergegangen weil ich nicht aufpasse. Na gut zum Glück war es bis da. Na ja. Bauen über dem Abgrund ne. Wobei das ja tatsächlich gerade noch geht. Also so tief ist es ja noch nicht. Das wäre echt noch Spaß wenn wir da noch ein bisschen. Wenn wir noch höhere Dinge basteln. Ich meine Bergfried. Der ist ja auch etwas höher gewesen. Und ganz so gut ist es da bei dem ja auch nicht wenn man da runter jegelt. Habe ich mir mal sagen lassen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja okay dann. Also genau bis auf diese Höhe hier. Das ist schon mal fein. So vielleicht nochmal einen Andi-Jeder dazwischen setzen und da hinten auch nochmal. Ich will da ran. So. Ja wunderbar. Wieder ein bisschen. Äh. Na gut. Dann machen wir es gleich richtig. Zack. Dann haben wir da schon mal die Höhe die wir brauchen. So. Wir haben ein bisschen Bruchstein da hin klatschen. Dann haben wir auch nochmal. Wieder was Rüssiges. Und dann nochmal so ein. Bis da haben wir schon. An der Siebte machen wir es irgendwie so. Passt schon. Darf ich noch was Rüssiges hin setzen? Das fände ich echt richtig. Huch. Da habe ich doch was vergessen. Nehmen wir den so lange. Ja wunderbar. Dann hätten wir das jetzt auch schon mal in der richtigen. Äh. Ja. Irgendwas. Nur noch eine Fackel. Dieser chronische Fackelmangel hier bei uns. Das ist ja auch nicht mehr schön. Dankeschön. Tatsächlich muss ich nämlich hier so ein kleines bisschen ausleuchten. So langsam. Hm. Ja. Momentan bin ich auch am überlegen. Ob das Ding hier dann am Ende wirklich ausgefüllt wird. Mit Erde. Äh. Oder. Auch nicht. Wir können sie natürlich auch einfach offen lassen. Ähm. Ich meine bei den Mauern bin ich gerade wirklich am überlegen. Ob ich die einfach offen lasse. Den Bereich. Oder ob der nochmal wirklich. Äh. Ob da wirklich nochmal gefüllt wird. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung. Ach ja. Essen noch nicht. Ähm. Ich würde jetzt sagen. Dass wir hier erstmal. Äh. Noch ein paar Segmente von der Mauer weiterziehen. Und dass ich dann. Die. Die Zin von diesem. Nennen wir es. Äh. Das mal Türmchen. Langziehen würde. Andererseits fällt mir gerade ein. Dass da ja in die Ecken nochmal ein bisschen Dioritmauer rein müsste. Aber wo haben wir es denn? Äh. Da haben wir keine Mauern. Die Mauern habe ich hier. So ein bisschen zumindest davon. Ähm. Und das Zeug. Der kann erstmal hoch der Kram. Schanke den. Ja. Und dann würde ich jetzt eigentlich hingehen. Und äh. Ja. In diese Ecke jetzt vielleicht nicht. Aber. In. In die Ecke, die ich jetzt nicht immer komme. Oh Mann. In diese wunderbaren Ecken. Dann einfach eine Mauer dran zu klatschen. So. Naa. Ob ich da wirklich eine Mauer drauf haben will, ich glaube nicht. Nehmen wir den wieder weg. Da kommt eine Mauer drauf. Da Mauer drauf. Da Mauer drauf. Da Mauer drauf. Mauer drauf. Das sollte ausreichen. Da ist die Eurid. Her damit. Wieder hoch. Das Bettchen ruft. Und dann wird Mauer geklatscht. Trinken natürlich nicht vergessen. Wunderprächtig. Wir brauchen Mauern, bitte. Es war viele Mauern. Ein paar mehr Mauern. Und noch mehr Mauern. Spätestens für die Zimperm wieder einen Haufen Mauern. Ach ja. Jetzt dürfen wir doch irgendwie hochkommen. Hm. Bei jedem Einzelnen. Das ist irgendwie nicht so. Nicht so als eine Ware. Na. Komme ich da hinten hin um eine Mauer zu setzen? Ich denke. Hopp. Hopp. Aha. Ich kann es einfach. Und hier? Ja gut. Da ist es einfacher. Da ist ein bisschen dichter drin. Eine Mauer. Ich will da so bloß eine Mauer setzen. Komm. Ohne runter zu segeln. Dankeschön. So. Da ein paar Mauern klatschen. Und hier natürlich auch die Mauer nicht vergessen. Da kommen wir doch oben auch noch einen dran. Ach. Meinetwegen auch nicht. Wer nicht will, der hat schon. So. Jetzt wird es mir aber zu blöd an der Stelle. Da baust du. Da passel ich mich jetzt lieber rüber. Bevor es noch länger dauert. Zuerst mal bis nach ganz oben. Kann nicht schaden. Wenn es zu viel ist, kommen wir ja noch was wieder austauschen. Das passt da. Ist ja nicht so schlimm. So. Zwei. Drei. Vier. Wunderbar. Wo war jetzt noch gleich der... Ah. Hier haben wir ihn nur gekriegt. Nom nom nom. Schön weggeerntetes Zeug. Wie viel ist dabei runtergefallen? Wie viel hatte ich vorher auf Tesch? Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich hoffe, das jetzt geht mit den Dioritmauern oder ist es zu viel? Das sieht man ja natürlich von hier auch überall nicht. Das sieht man höchstens von unten. Also eine halbe Weltreiche machen, nur um diese... Um diesen Klotzern zu gucken, oder was? Das ist tatsächlich auch nicht unbedingt sowas wahre. Hm. Naja, belassen wir es mal dabei, ne? Ich würde aber nochmal sagen, dass wir den hier vielleicht auch nochmal austauschen. Also generell diese ganze Ecke. Die wird nochmal hochgefrägt und dann... ...wird da ein kleiner Diorit reingesetzt. Eine kleine Dioritmauer, um genau zu sein. Das fände ich da glaube ich schon ganz fein. Och ja. Ich habe gesagt Dioritmauer, dann sollte ich vielleicht auch ein paar basteln. Ich soll helfen. Ja. Einmal mal den Rest. Sehr gut. Ich will auch weiter hoch hier. Das kann doch nicht so schwer sein. Wunderbar. So lange, bis ich die Dioritmauer gebaut habe. Genau. Da haben wir es. So. Na komm. Jetzt bin ich oben. Perfekt. Dann auch nochmal. Fixed und dann haben wir das da auch. Ecke für Ecke für Ecke. Für Ecke. Genau. Einmal aufwärts bitte. Und wieder rote basteln. Und natürlich den Dioritblock nicht vergessen. Den muss natürlich auch abgebaut werden. Nicht. Jetzt baue ich den wirklich doch ab. Das muss der jetzt echt sein. Oh Mann. Na komm. Bro, mal hin. Das Zeug. Dankeschön. Toll. Hast du fein gemacht. Der ganze Kram ist wieder da. Das ist gut. Und jetzt muss man sich eigentlich. Eigentlich um die ganze Sinngeschichte darum kümmern. Das heißt. Ja. Das heißt. Genau. Was heißt das denn? Wir brauchen Diorit. Jetzt habe ich vergessen. Dass mich die Sinn gebaut hat. Waren die jetzt mit poliertem Zeug? Ja, ne? Ja. Ja. Polierte Treppen. Poliertes Zeug. Und noch mehr polierte Sachen. Dann nehmen wir uns mal. Den Kram. Den lassen wir jetzt mal da. Das kann auch mitgenommen werden. Ja. Und die. Steinende Säge. Neh. Nehme ich auch mal mit. Mhm. Ich habe jetzt nicht die Pflicht weg. So. Dann bauen wir nochmal von oben. Einmal rauf auf den Spaß. Okay. Dann versuchen wir jetzt irgendwie ein paar Zinn ranzusetzen an das Ding. Schnappen wir jetzt erstmal die Säge. Und setzen wieder hin. Dankeschön. Das ist ja ein Sägen. Und das war total schlecht. Ich weiß. So. Erstmal ein paar Mauern. Wenn ich mir die Mauern so angucke, dann habe ich wieder was zu bedauern. Was. Was. Wir haben zu viele Mauern gesetzt hier. Hm. Beziehungsweise. Wie mache ich das jetzt am besten mit den Teilen? Auf der Höhe, ne? Wäre da in der Theorie richtig. Dann machen wir es da auch. Oh ja. Das muss jetzt wieder sein. Genau. Das fällt natürlich auch runter. Ein bisschen weiter vielleicht. So. Hm. Genau. Haben wir da aufgehört. Ich mache das jetzt glaube ich erstmal. Reihe für Reihe. Beziehungsweise. Ich wechsle jetzt mal die Seiten. Na komm. Bau das nochmal rein. Das soll nicht so schwer sein. Ey. Der Moment, wenn ich die Treppe wieder falsch rumsetze. War das da? Ey. Was soll denn das? Auf welche Höhe war das jetzt überhaupt? Bloß ein Block, ne? Also ich mach mal weg das Ding. Mauer jetzt bitte ordentlich dran setzen. Dankeschön. Und hier natürlich auch. So. Hast du fein gemacht. Bin stolz auf dich. Gut. Du hast das wiederholen, nachdem du die Hackchen gebrochen hast. Äh. Die ist jetzt ein bisschen weiter runter gesegelt. Wie war es? Da unten. Okay. Hätten wir die hier auch wieder. Sehr fein. Da brauchen wir ein paar mehr Treppen. Gut. Die Segel ist ja jetzt oben. Das ist ja oben. Wollt ihr wieder aufwärts, bitte. Was futtern im Fahrstuhl? Kann ich schaden. Okay. Gut. Dann wären wir da lang gegangen. Dann würde ich sagen, dass wir hier vielleicht noch mal einen hinsetzen. Direkt hier neben die Mauer. Hier dann auch noch mal. Genau. Dann wäre hier theoretisch wieder was. Und das ist ja eine Ecke. Das könnte man vielleicht mit einer Stufe regeln, die ich jetzt natürlich nicht dabei habe. Egal. Da haben wir eben keine. Genau. Genau. Das ist die Mitte. Dann müssen wir die Stufe dahin. Ja. Hey. Das war super richtig. Okay. Dann haben wir jetzt hier natürlich die Ecken, die noch mal mit Mauer ausgefüllt werden wollen. Tatsächlich würde ich jetzt hier sogar hingehen. Und das machen wir hier in der Ecke natürlich auch noch mal. Also eins, zwei, drei. Ja, die fällt natürlich auch wieder was. Weiß ich eh nicht, wohin. Ich kann auch nicht sein. Das ist immer das Problem, wenn die Blöcke irgendwie ein bisschen höher sind. Die fliegen irgendwie, keine Ahnung, gefühlt immer einen halben Kilometer weg. Bis zu Unendlichkeit, ne? Und noch viel weiter. So weit fliegen sie. Habe ich tatsächlich nie gesehen. Also Toy Story kann ich jetzt vorm Hörensagen her, aber gesehen habe ich nie. Und ich schäbe mich nicht, das zuzugeben. Es ist einfach so. Es war allgemein nie wirklich so mein Interesse. Keine Ahnung. Aber man muss ja jetzt nicht alles toll finden, ne? Da war ja was. Also erstmal hopp ins Bett und dann basteln wir nach... Komm, ich kann doch schlafen. Dann wollen die Zähne weiter geschustert werden. Ich will ins Bett. Danke. Und was trinken will ich auch. Wunderbar. Der wieder hoch. Materials haben wir mehr als nur noch auf Tash. Das ist gut. Wunderbar. Dann setzen wir erstmal die wunderbare Mauer auf jede... ...Pierne. Da auch nochmal eine hin, ne? Und da. Und hier. Na komm, bau die doch mal hin. Dankeschön. Ich fülle nur noch da eine Mauer. Das ist ein Traum. Eine Mauer. Ich hoffe aber, dass es nicht so ein Traum ist, wie der von dem... ...oder wie einer von denen, die man gestern in der vorliegenden Stunde lesen konnte. Das wäre... Oder hören konnte das. Weil... Das wäre, glaube ich, ein bisschen unschön. Aber tatsächlich bin ich froh, wenn ich so einen Träumen hätte, ich nicht träumen muss. Ich glaube, das... Das lässt man wirklich lieber bleiben. So, tatsächlich wäre das jetzt noch besser gewesen, wenn die ein anderes Material wären. Zack. Einfach der Januscht oder einfach... Äh... Keine Ahnung. Naja, machen wir es so. Ich setze den da hin und hier in der Ecke auch nochmal. Zack. Okay, dann haben wir jetzt wieder Spaß mit Mauern. Und mit Treppen. Hier würde ich dann eigentlich... Ich glaube, da würde ich auch eine Stufe hinsetzen. Ja... Ja... Warum nicht? Ne, die... Ähm... In der Ecke zwei und in der Ecke zwei. Und dann nochmal zwei. Und vielleicht nochmal zwei Stufen dazu. Dann würde ich das nämlich so machen, dass wir hier eine... Treppe haben und hier auch. Und... Da eine Stufe. Ich habe ja natürlich die... Die beiden Treppen hier vergessen. Ich trottel. Ja, okay. Das nächste Mal. Ne, Moment. Die habe ich ja doch. Eins. Und zwei. Na wunderbar. Dann hier nochmal eine Treppe und hier nochmal einen dran. Und dann haben wir jetzt hier von der mehr oder weniger Kreis ja eigentlich auch schon fast fertig. Mensch. Ja, jetzt fehlen hier natürlich noch die Mauern dazwischen. Wie viele brauchen wir? Nein. Hör auf. Und ich stehe dich jetzt am Anfang. Die jetzt anfangen zu zählen. Das gibt's nicht. Bastel lieber ein paar. Du brauchst sie sowieso. Dankeschön. Ich setze da... Ich setze da eine ran und da. Okay. Kann man so lassen. Hm. Hoffentlich davon jetzt nicht so vollends überzeugt bin. Na ja, gut. Es ist halt wie es ist. Ein da ran und ein da ran und dann wieder ein da drauf. Zack. Und dann hätten wir es jetzt auch schon. Wunderbar. Ich würde wirklich ganz gerne wissen, wie es von außen aussieht. Wenn ich dafür nicht so weit weglaufen müsste, ist es... Also wirklich schon traurig. Ja, komm. Es muss sein. Geht das so? Boah. Es ist sehr einfach. Aber das sind ja jetzt auch nur die Ecken. Das ist also kein Problem. Die brauchen eigentlich kein... Kein frisches eigenes... Äh... Oder... Kein anderes Design. Das reicht, wenn sie schlicht sind. Das ist eigentlich, was ich überlege, ob der vielleicht noch so einen kleinen... So einen kleinen Ausläufer nochmal kriegt. Aber dann natürlich auch wieder aus normalem Stein. Oder... Nicht aus Diorit, sondern wirklich aus normalem Mauer. Oder... Äh... Wandmaterial, genau. Deswegen würde ich dann vielleicht einen in die Mitte setzen. Hm. Andere Sätze hier in der Mitte habe ich, glaube ich, gerade Diorit hängen, ne? Äh... Wir lassen das, oder? Wunderbar. Jo, wie verfahren wir jetzt weiter? Jetzt müssen wir uns eigentlich um die... Um die Mauer hier kümmern, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Oder... Wagen wir uns noch was anderes? Vorher? Na gut, dann würde ich jetzt wirklich sagen, wir kommen nicht drum rum. Es wird die Mauer gebaut. Auf der Mauer, auf der Lauer. Fangen wir jetzt wieder an. Das Schöne daran ist nur, dass ich wieder völlig vergessen habe, wie die gebaut wird. Wow. Das ist ja... Das ist ja wieder... Äh... Beste Voraussetzung. Ähm... Also wir brauchen Diorit dafür. Das steht, glaube ich, fest. Das heißt, dass wir den anderen ganzen Kram erstmal weg tun können, meine Wege. Das kann weg und das weg und... Weg, weg, weg. Weg mit dem Kram, das will kein Mensch haben, so. Und den, meine Wege, auch nochmal und das auch und das auch. Ich brauche jetzt nur den reinen... Äh... Ja, also zwei von der... Von der Wand hier ablassen. Eins, zwei. Fangen wir also auf diese Höhe an, mit dem Zeug. Hier, ungefähr. Passt das? Dann haben wir eins, zwei, äh... Vier bis zur Mauer. Eins, zwei, drei, vier. Ja, doch. Das... Das passt alles wunderbar. Okay. Ja, jetzt... Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit wollen wir den ganzen Kram jetzt ziehen. Na, das weiß ich mal zu viel. Ja gut, zu viel gibt es eigentlich nicht. Vielleicht eigentlich ist es so zu wenig gewesen. Ich müsste sowieso noch ein bisschen, ein paar Blöcke runtergehen. Mit dem Zeug um genau zu sein. Zrrrrei. Warum? Nicht gleich. Eins, zwei, drei. Fangen wir gleich direkt da an. Machen wir gleich auf der richtigen Höhe. Keine Schaden. Nicht mal eine ganze Felsanpassung, das kann man noch machen, aber ganz ehrlich, wenn ich mir das Terrain hier so angucke, brauchen wir da nicht mal wirklich Felsen dran. Da wird einfach, also gerade weil das hier jetzt gerade sowieso so flach ist, ähm, wird da einfach nochmal ein kleiner Sockel hingebaut. Hier ist es was anderes. Hier kann man... Ich meine, hier kommt der Sockel auch und dann ist der wahrscheinlich einmal so groß oder will... Setzen da trotzdem ein kleines bisschen Fels an. Wird sich noch zeigen, wie das dann mit dem, mit dem Türmchen hier gestaltet wird, ne? Ja. Ja, ja, ihr habt ja recht. Und wie der ist, ist auf der falschen Ebene. Das gibt es doch... Nicht. Warum habe ich gerade das Gefühl, dass irgendwas nicht richtig ist? Eins, zwei, zwei. Eins, zwei, zwei. Ja. Hm. Das ist doch alles richtig. Was hast du denn schon wieder für Probleme hier? Na. Verstehe mich mal einer. Ja. Wenn ich selbst nicht kann. Okay. Ja, jetzt hier muss ich jetzt mal eine kleine... Eine kleine, feine Reihe, damit wir schon mal einen kleinen Start haben. Tatsächlich kann die Erde jetzt auch wieder weg. Das ist ja damals eine Planungserde gewesen. Dann kann ich doch gleich mal direkt das Loch stoffen, dass ich mich so ein bisschen schriggert. Das ist ja eigentlich auch der einzige Grund, warum ich gerade die Erde abgerupft habe, muss ich ehrlich sagen. Einfach nur wegen diesem Loch hier. Naja. Wenn man keine Probleme hat, ne? Dann macht man sich welche oder wie heißt das. Naja, komm. Wie hoch darf ich denn gehen? Natürlich können wir auch gleich direkt die Dioritmauer oder generell diesen Dioritbereich bis zum Ende durchziehen, aber ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen too much. Ein andererseits hat einen großen Unterschied macht es jetzt eigentlich auch nicht mehr. Könnte man so fast machen. Ah, schön, wie da so einen wunderbaren Anzeigepferde drin ist, das ist echt toll. Das freut mich immer mit am meisten. Wer will schon richtig arbeiten können, ne? Ja, gut. Richtig arbeiten und ich, das steht ja auch schon im Widerspruch. Gut. Fein. Ja, gucken wir mal, wie weit wir jetzt kommen, wenn wir diesen kleinen Bereich hier jetzt beginnen mit der Mauer. Ach. Wo kommen, wo gehen wir jetzt am besten runter? Am besten am tiefsten Punkt, genau. So, Dioritkram kann dann erstmal wieder da rein verschifft werden. Dankeschön. Und nimm das Bett. Ist auf jeden Fall echt schön, wenn die Mauer irgendwann fertig ist. Ich freue mich da richtig drauf. Ich meine, der Bereich hier, wo die Mauer in den Bergfried reingeht, ist eigentlich auch schon total schön. Bzw. Weiß ich hier diese, diese ganze Felsgeschichte. Und diese Felsen sind ja jetzt noch nicht mal, äh, äh, ähm, belaubt und beknöpft. Das fehlt ja noch. Das habe ich ja nach wie vor nicht gemacht. Arsch auf meine Haupt. Ich brauche Material und zwar, kommt in meine Einkaufsliste. Oder auf meine Einkaufsliste. Und dann gleich, weil es ja Spaß gemacht hat, von jedem ein Stück mehr. Yeah. Äh, richtiges Zeug, genau. Boah, ich merke gerade, dass ich echt total müde werde. Meine Augen fangen gerade ziemlich an zu brennen. Das gefällt mir tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, machen wir erstmal einen Vierer Quadrat da hin. Wie viele Treppen brauche ich da überhaupt? Eine, zweite, dritte Treppe. Okay. Ich hatte hier doch noch irgendwelche Treppen drin. Was habe ich gesagt? Wie viele Treppen brauche ich? Ah, fällt das schon mal gut an. Drei waren das, glaube ich, ne? Vorher. Also das ist jetzt nur für die unterste Seite hier. Äh. Hey, schnell. Hm. Ja, erstmal eins, zwei, drei und vier. Das gönne ich mir. Dann gibt es eine Treppe. In diese Richtung. Nehmen wir vielleicht einfach mal eine Bruchsteintreppe. Zack. Fein. Okay, das ist also Gewitter. Wenn der Fuchs schreit, dann kann das nur Gewitter sein. So, ähm. Genau, dann kommt da jetzt ein Block drauf und auf den kommt er dann... Ach, ne. Da kommt ja schon die Treppe drauf. Okay, okay, okay. Ich habe nichts gesagt. Mann. So, also die Treppe kommt dann sowas schon da auf den draufgezimmert. Da. Okay, dann können wir das eigentlich auch wieder sowas auffüllen. So. Und dann, wie ging es dann weiter? Ja, ich bin letztendlich auf der Höhe. Ähm. Noch ein Block. Und an dem Ding, äh. Also ein Block höher als die Treppe. Erstmal. Überall. Ich habe da noch ein bisschen Diorit da gehabt. Äh, an die. Ich setze mit da hin und, äh, den da und den hier. Und du wirst, was im Besten daran ist. Ich habe es jetzt wieder vergessen. Ah. Hier waren wieder ganze Blöcke. Und hier hing eine Treppe drauf, wenn mich nicht alles täuscht. So, und hier haben wir dann einfach das... Das Balken, Mauer, Zier, irgendwas, Pfeiler, Gedöns. Genau. Zwei, ich glaube, das war eine Dreierhöhe, oder? Weil mich nicht alles täuscht. Ähm. Ja, eins, zwei, drei Blöcke. Und dann kommt wieder eine Treppe. Genau. Beziehungsweise eins, zwei, doch. Drei Blöcke. Und dann machen wir da eine Zweier-Platform. Eins, zwei. Genau. Und der nächste ist dann gleich direkt zwei. Jetzt komme ich da bloß wieder hoch, ne? Eins, zwei. Hier ist doch alles soweit richtig. Ich brauche mich da jetzt, weil ich hochstecken. Ich kann da jetzt hier eigentlich schon hingehen und dann einfach... Ähm. Das so machen und... So. Oder vielleicht auch mal hin klatschen. Und hier? Das waren dann die zwei gewesen. Hier haben wir dann die Mauer, die drei. Und hier an der... Kante irgendwo, war das jetzt bei dem hier, oder was weiß ich noch, dann noch die... Die, 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 die Treppe, beziehungsweise da ist ja auch noch eine Treppe. Und dann kommt da eine Stufe hin, ja. Ich glaube, es ist ja... Solange ich dann wieder... In meinem Coop. Einmal umpositionieren. Okay, dann würde ich da jetzt immer eine kleine Mauer hinsetzen, als würde ich das schon mal haben. So, erst mal eine Mauer da und eine Mauer hier und da ist es nochmal so eine hin. Okay. Dann brauchen wir ein paar Treppen. Und zwar eine davon und eine davon und... Warum eine Steintreppe, das weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Ah ja, genau. Die Steintreppe, die da sind und die Stufen, die habe ich ja von dem ich abgegraben. Vom... Vom... Na, sag schnell. Wie heißt das Zeug? Von der Felswand. War das jetzt wirklich eine? Wollen wir mal kontrollieren gehen. Wir wollen ja nichts falsch machen. Naja, das ist alles soweit richtig. Das hat alles seine Richtigkeit. Okay. Ja, und da kommt dann auch die zweite Hürde. Meinetwegen dieser hier. Da da sowieso schon ein Anersid hängt, kann man das eigentlich schon fast machen. Zack. Oh, ja. Das ist ja richtig toll. Das ist richtig schön in der richtigen Position eingesetzt. Der richtige Winkel. Ach, komm. Komm schon, das ist jetzt echt unnötig gewesen. Dann haben wir eben den Stein, in der Hoffnung, der besser funktioniert. Hallo. Gibt es was denn? Das ist aber nicht so schwer, es in irgendwas ordentlich zu bauen, ey. Gut, dazwischen kommt dann eine Stufe, die ich jetzt natürlich auch nicht dabei habe. Ja, ja, so ist das. Dazwischen kommt dann eine Stufe, dann kommt der da hin. Dann haben wir wieder einen ganzen Block da drunter. So, da haben wir dann wieder die Mauern. Das ist das, was wir dann hier wieder mit den ganzen Blöcken spazieren gehen können. Na komm, den hier meinetwegen und... Den gehe ich halt ganz runter. Mann, Mann, Mann. Okay. Ja, fein. Jetzt haben wir es so langsam wieder drin. Das ist gut. So. Hm. Aber überzeugt davon bin ich irgendwie trotzdem nicht. Ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt erstmal oben die... Die ganzen... Na, wie heißt das? Diese Bögen erstmal mache, glaube ich. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Das kann ich dann eigentlich auch erstmal alles aus der... An der gleichen Höhe ausmachen, glaube ich. Na ja, natürlich landest du wieder da oben. Ich würde bloß alles haben hier, dankeschön. So, dann möchte ich jetzt irgendwie... Irgendwie... Irgendwie da hochkommen. Oh, dass ich die Hälfte wieder abbauen muss. Okay, dann hätten wir hier jetzt eine Stufe. Oder... Das war ja wieder... Ein richtiger Profi-Move. Mom. Okay, dann hätten wir hier wieder einen... Beziehungsweise wir können das... Eigentlich auch gleich direkt so machen. Oh. Ja, ich weiß nicht. Dann vielleicht den hier hinsetzen und... Dann kommt da schon die Treppe da dran. Auf dieser Kante. Mach mal weg. Dann nehmen wir die Treppe her und das Ding hier auch. Dankeschön. So, eine Treppe, ich rupf über, bitte. An die Stelle. Und dann kommt da noch eine hin und... Da. Okay. Ja, ich bin doch ein Schuh draus. Wie war das? Das waren erst drei, ne? Ja, gut. Dann habe ich das ja richtig Erinnerung gehabt. Wovon die Mitte ja dann wieder der... Der Pfeiler ist, der dann richtig weiter nach unten geht. Rechts und links, da kommen wir dann die... Die Mauern dran. Schön, wie lange das manchmal dauern kann, bis man sich über sie merkt, ne? Ja. Das ist wirklich... Naja. Nicht schön. Also ich kann mir echt schönere Dinge vorstellen. Machen wir das mit dem Zirk hier. Zack. Ja, vor allem an der Stelle. Das ist ja auch richtig voll. Danke. Mh, lecker. Ich möchte ja nicht die Rüte aber halten, ne? Das wäre ja dann auch wieder zu viel des Guten. Moment, da sind jetzt wieder drei, ne? Das ist ja schon fast perfekt. So, ich habe doch... Äh, ja. Nichts. Hier kommen ja wieder drei... Blöcke hin. Das heißt, ich brauche eigentlich gar keine Mauer mehr aktuell. Äh. Gar keine, gar keine Treppe. So. So, ich habe ja noch ein bisschen die Rüte, die ich dann theoretisch... Ja gut, wir können jetzt vielleicht diese Lücke nochmal auffüllen. Und da kommt in jede Mitte dann letztendlich nochmal eine Treppe. Habe ich noch ein bisschen Diori dabei, äh, Anisit dabei, ne? Wird ja nicht so lange. Da kann ich mal ein Klatschen und da nochmal ein... Gut, dann haben wir da zwei nebeneinander, aber... Das interessiert ja zum Glück niemanden. Der hier anwesenden. So. Ja, theoretisch kann man da jetzt auch gleich direkt auf jedem zweiten dann... Die, die Treppe klatschen, ne? Das ist ja eigentlich so richtig. Eins. Und zwei. Und da den nächsten. Da vielleicht auch gleich direkt einen hinsetzen. Und hier auch. Oh ja, das ist aber viel von dem Zeug an der Ecke. Aber hey, warum nicht? Das ist ja durchaus machbar. Sehr gut. Da können wir uns ja auch gleich wieder an die Haier begeben. Die hätte ich halt gerne wieder. Dankeschön. Und wie sieht's aus? Ja, es sieht genau so aus, wie es sein soll. Das ist fein, das ist fein. Ich muss ja nur dran denken, dass ich die Pfeile hier an denen... ...entsprechend an der Ecke halt ein bisschen größer ziehe. Okay. Könnte man vielleicht auch gleich direkt angehen. Bevor wir dann reden, schwingen und das dann wieder vergessen. Steinziegel, Steinziegel. So, richtige Steinziegel. Und das Zeug. Dankeschön. Ja, da ist wirklich drei hoch an der Stelle. Das ist doch schrecklich. Tatsächlich finde ich das wirklich nicht schön. So. Dann kommt da theoretisch wieder die Mauern, äh, die Treppe hin. Naja, es wird schon, es wird schon. Ich meine, eine Mauer zu bauen ist eben... ...zeitintensiv. Okay, nicht nur die Mauer, ne? Die ganze Festung. Die Mauer ist ja jetzt sogar noch das, äh, oder mit eins von den Dingen, wo man am schnellsten Fortschritt hat. ...zieht. Obwohl die Mauer jetzt vielleicht auch ein bisschen breiter ist. Aber hey, es wird schon. Na komm. Es ist jetzt wirklich wiederum ein Block zu hoch, ja. So, besser, ja. Darf ich so wieder arbeiten, danke. Wollen wir nicht gleich so. Dann würde ich da vielleicht ein bisschen Bruch steigern, die hat zum Damen und Herren. Auch die Hälfte davon ist am Ende sowieso wieder verdeckt, also von daher passt das schon. So. Dann würde ich noch mal da rein und... ...da noch mal einen. Und den hier würde ich da ganz gerne noch mal drauf... ...ne, nicht da. Da kommt zwar später noch mal ein Stein hin. Aber nicht jetzt. Der würde mich da so ein bisschen irritieren. So. Genau, dann klatschen wir da noch mal einen. Und da ein... ...ran kommt. Dankeschön. Ja, sehr gut. Dann hätten wir jetzt... ...eine Treppe auf dem... ...also drei Treppen, bitte. Da habe ich doch schon drei, ja. Das wäre auch nicht so toll, wenn ich alles das gleiche Material halte. Das wäre ein bisschen auffällig. Nein. Ihr wisst doch bestimmt, was ich oben vergessen habe, oder? Es ist so ein Ding, wo... ...eine Klinge... ...eine gezahnte Klinge drauf ist. Genau das Ding hier. Ich brauche Mauern und... ...bisschen weiß ich nicht, Maunziener Treppen. Und zwar davon ein paar. Und... ...davon ein paar. Ich finde es nach wie vor ziemlich schade, dass man keine richtigen Steintreppen machen kann. Das wäre echt ein bisschen angenehmer. So. Um, um, um. Ein kleines Schaf sich hinter... ...hinter die Bindel... ...schameißen. Und dann können wir jetzt mal über die Treppen ransetzen, das ist gut. Zack. Und hier hinten auch noch meine... ...Ta... ...Reppe. Hallo. Erkomm. Dankeschön. Ja, sehr gut. Dann kann man da jetzt eigentlich... ...auf die Blöcke runterziehen, da wo jetzt die Treppe hängt. Ähm... Ja, das war irgendwie ziemlich einfach. Da würde ich tatsächlich genauso machen. Und hier... ...machen wir den Daumen hin und ziehen das... ...so lang. Sehr gut. Dann... ...machen wir noch... ...ne kleine Reihe hier unten rein. Dann würde ich dann vielleicht... ...dann setzen und... ...dame wegen denen nochmal. Da was richtig ist auf der Seite. Hm. Na gut, vielleicht eher im normalen. Okay, dann fehlen da die... ...die Treppen. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, vier, sie, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Treppen. Wie viele haben wir denn aktuell? Ein paar. Gut. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Eine Treppe hier. Und eine Treppe... ...da. Und dann darf die Treppe dann... ...mhm. Manchmal auch in der richtigen Poggi. Danke. Und die Treppe da darf natürlich auch nicht fehlen. Ah, wunderbar. Wenn man zu klein ist, dann was trotzdem geht. Das ist echt toll. Zack. Sehr gut. Dann muss ich hier natürlich auf die... ...auf die Innenseite auch nochmal wieder eine Treppe. Können wir auch gleich direkt machen. Auch wenn da jetzt keine Dio... ...äh, noch... ...der, die das Diorid fehlt. Aber das passt schon. Letztendlich muss es da ja auch gemacht werden. Okay. Dann hier noch ein kleines Stückchen. Und hier drüben vielleicht auch nochmal... ...ein... ...na komm, ich will aber bloß so lang. Ein rein. Dankeschön. Gut. Dann fehlen da jetzt noch die Mauern dran. Die haben wir auch noch auf Tesch. Das ist gut. Die Gerüstblöcke, die hätte ich auch manchmal ganz gerne wieder. Oder ich stecke mich jetzt einfach überall bei jedem Einzelnen hoch. Das kann man natürlich auch machen. Ich bin natürlich auch noch... ...und da jetzt noch ein paar... ...nöpfe rein. Also... ...relativ... ...überschaubar. Gut. Klar, man könnte natürlich noch überlegen, ob man da noch ein paar... ...knöpfe reinsetzt, damit die ganze Geschichte dann noch ein bisschen... ...mehr Tiefe kriegt. Also hier auf... ...diese Höhe oder auf diesem Block dann letztendlich noch ein paar... ...ein paar... ...na... ...knöpfe. Tatsächlich bin ich gerade wirklich am überlegen, ob ich das mache. Ja, gut, aber die Mauer hat eigentlich... ...hat eigentlich schon... ...genug Detail. Denke ich mal. Ach, das... Ey, komm. So weit war ich doch gar nicht weg. Danke. Alle will ich haben. So, da haben wir die. Hier fehlen sie noch. Aber wieder aufwärts. Hier kann ich vielleicht ein bisschen mehr mit Bruchstein arbeiten. Aber ist vielleicht so. Und? Mhm. Wärts kommen sie hin. Einmal Hand hoch. Hehehe. Gut, das ist ja nicht quasi nur eine Frage der Zeit, ne? Okay, wunderbar. Aber das ist auch alles so weit dran. Das ist gut. Das heißt, dass wir jetzt... ...eigentlich die beibehalten können. Schon fast. Naja, also über Todung liegt auch fast. Wir brauchen jetzt nochmal ganz so Glöcke. Aber damit wir oben ein bisschen weiter schussleiten können. Dann haben wir die Risiken. Sehr gut. Dann brauchen wir jetzt nochmal eine... ...ein Basement, wo der... ...und dann ganz hier Kram ran, wie das jetzt bleiben kann. Dafür würde ich jetzt vielleicht erstmal Theorid nehmen. So. Hier kommen jetzt ganze Blöcke drauf überall. Da kommen hier die Mauern immer dazwischen. In dem Zwischenraum. Ja gut, dann können wir vielleicht erstmal... ...den ganzen Kram durchscrollen. Oh, was so. Okay. Inzwischen dürfen jetzt die Mauern gesteckt werden. Dann nehmen wir hier einfach mal die hier. Und da die und die und die auch. Ach komm schon. Das soll jetzt nicht sein, dass ich eine Mauer zu wenig hab. Höööö. Möööö. Und jetzt was ist das allerbeste daran? Ich springe runter, obwohl ich Steinsäge oben habe. Das ist ja auch wieder mal richtig gut durchdacht. so die richtigen fehlen noch da sind die und der kram nachher genau und die uri zum stopfen dann muss ich jetzt mal wieder was neues futtern wollte ich mich nicht erst um eine mauer zu kümmern um die letzte eine mauer eine mauer dann wird die dafür so dass ich da auch gleich direkt noch eine mauer ansetzen können aber das spielt auch keine rolle so dann wieder eine richtig schöne eigentlich reicht es wenn ich da ein bisschen die uri zum selbst aber wir wollen es ja vollständig machen ok den kram können wir auch nochmal ausfüllen da spielt es doch keine rolle mit welchem material einfach mit irgendwem zeug damit es ausgefüllt ist genau einfach nur ausfüllen der ausfüllen des ausfüllen deswegen so aber eine mauer hätte ich tatsächlich wirklich noch sonst kann ich nicht genug stehen also es halt nicht ruhig schlafen eine mauer auf der ecke in der letzten dankeschön das ist aber schon ein etwas befriedigendes gefühl aber jetzt bevor wir weitermachen und uns gleich das bett suchen beziehungsweise erst mal das bett suchen und dann ist das ein bisschen was zu essen warum gehe ich eigentlich wieder runter ich hätte auch auch oben über die mauer kriechen können so dann gehen wir kurz in den keller und holen uns ein bisschen was zu essen und dann können wir noch eine runde schlafen gehen was ich tatsächlich hier auch gleich direkt mache sobald ich die aufnahme beendet habe ich habe noch irgendwas gebratenes fertig gebratenen fische aber nichts weiter gut dann schmaßen wir uns eben dafür was weinen okay ein fleisch noch ein fleisch da war ein bisschen was rein und hier natürlich auch noch mal ja ich gehe doch schon schlafen wenn ich auch schon schlafen habe dann komme ich wieder runter dann ist es vielleicht noch nicht fertig genau weil nämlich noch nicht so viel zeit seit dem vergangen ist sehr gut dann hätten wir das stückchen mauer jetzt fast abgeschlossen ist echt krass wie viel zeit man wirklich mit so einem kleinen mauerstück verbringt was trinken bei der gelegenheit also das ist schon teilweise gar nicht mehr so feierlich zumal es auch noch eine verhältnismäßig einfache mauer ist ich meine so viel ist da jetzt eigentlich gar nicht was wirklich aufhält oder gut da schätze ich das einfach bloß wieder total falsch ein wäre jetzt auch nicht das erste mal ich brauche was zu essen ich nage schon am hungertuch dankeschön das reicht mir auch erst mal der rest kann meinetwegen erst mal hier bleiben und wenn ich hier was zu futtern brauche dann weiß ich ja wo ich es finde genau ganz bestimmt nicht im keller num 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 und noch mal num 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 sooo dann wieder raus an die mauer da ich weiß es ist echt lustig das ist mir ehrlich zu sagen was machst Du hier du wolltest mich gar nicht angucken das ist meine mauer geh weg Er hat mir nicht mehr was fallen lassen das Tier okay das waren jetzt die blöcke muss ich noch mal gucken gehen wie das jetzt weitergeht da muss ich glaube ich eine ganze stein eine ganze mauerreihe noch mal ansetzen das ist ja jetzt diese reihe gewesen genau eine reihe und dann haben wir die g-fläche also einmal mauer und dann einmal gang okay das kriegt man denke ich mal hin und dann werden da von dieser seite aus dann natürlich wieder ein paar treppen angeklebt aber erstmal machen wir eine auf wunderbare kleine feine mauer bisschen jeweils wandmaterial okay heißt natürlich auch wieder dass diese bereiche wieder gefüllt werden darf wenn er möchte ich sollte mir vielleicht wirklich mal anderes füllmaterial holen die das jetzt mit deorie zu machen ist glaube ich gar nicht so die beste idee aber das einzige was ich jetzt gerade auf tasche habe ist auch ein bisschen hm ist eigentlich wirklich schlecht wenn ich das mit deorie mache oder wie dann ist oder wie mal Ich habe hier noch ein paar Teoridblasen, wo ich auch gerade gar nicht genau weiß, wo die liegen. Das war nicht so schlecht. So, sehr fein. Jetzt hatte ich ja gesagt, dass wir wieder ein paar Treppen brauchen. Auf den Blöcken, wo jetzt letztendlich noch der nächste volle Block drunter liegt. Wieder ein paar Treppen, bitte. So, habe ich hier noch Treppen drin? Ja gut, die Treppen, die brauche ich jetzt aktuell noch nicht. Äh, Steinsägen. Ach, die habe ich jetzt. Ach. Jetzt mal ohne Scheiß. Wie oft bin ich jetzt schon runtergelaufen, um zur Steinsäge zu kommen und die steht immer noch oben. Wir brauchen davon ein paar Treppen. Wir brauchen, na komm, wir brauchen davon ein paar Treppen. Und wir brauchen davon. Auch ein paar Treppen. Ein paar Treppen, danke. Und dann bei der Gelegenheit vielleicht noch ein paar mehr Treppen davon. Kann ich haben. So. Für alle, die ich jetzt triggert, dass wir jetzt nicht von jedem Fünftchen haben, bitteschön. Gut, da kann man jetzt schon mal anfangen. Hier und da, so eine kleine, wunderbare Treppe dran zu ziehen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Vielleicht wieder davon ein und dann hätte ich vielleicht wieder einen von den Dingern. So. Okay, und hier kommt ja jetzt wieder die Lauffläche. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was habe ich hier jetzt wieder falsch gemacht? Was stimmt hier schon wieder nicht? Die Mauer hier ist vielleicht wieder vier zu breit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die Zin sind doch nicht da drauf. Die kommen doch jetzt danach. Ich habe das doch eigentlich alles richtig gemacht oder nicht? Hatte ich gedacht. Wenn ich das ganze Ding, das ich wirklich um einen Block wirklich falsch gebaut habe, das wäre echt nicht unbedingt so schön. Aber das scheint doch alles, weil ich dann eine Richtigkeit zu haben habe. Ich würde vielleicht noch nicht mehr. Ich würde vielleicht die Treppen da wieder wegnehmen und durch die richtigen Treppen austauschen. Ich würde noch nicht? Ich würde mich überlegen. Ich würde mich aber nur sagen. Ich würde mich einfach noch nicht mehr lachen. Da darf nämlich eigentlich mal eine Theorie-Treppe hin. Da sind ja schon die Zünder, aber das ist ja doch alles richtig. So. Genau. Und nicht mal laufe ich nicht hoch um, äh, laufe ich nicht runter um die Steinsiegel zu kommen. Die habe ich jetzt hier. Ich habe es mir gemerkt. Ich weiß auch nicht, wie ich mir das gemerkt habe, aber ich habe es irgendwie geschafft, mir das zu merken. So, wieder auf jeden zweiten, meine Triple. Gleich geht das nicht mehr. So. Wunderbar, ist doch ganz gut aufgegangen. Äh, Mauer, egal, basteln wir uns hier fix. Hm. Natürlich wieder überall eine Mauer drauf, das fände ich fein. Okay. Lauf nicht zu schnell, sonst fällst du runter. Aber bevor wir runterjägeln, können wir eigentlich auch nochmal gleich den richtigen, den richtigen Boden hier reinsetzen. Der ist ja auch noch aktuell etwas Mangelware, habe ich mir sagen lassen. Also. Der, der Walk. Der Way to go. Der, der, der hat sich noch mal dazu entwickelt. Okay, vielleicht wieder ein bisschen, äh, die Holkyo und da verteilen. Ich habe wieder vergessen, was das Ding heißt. Äh, an der sieht genau. Ja, da ist vielleicht nicht normal hin, aber hier vielleicht und. Da noch mal hin hin, keine Ahnung. Der Rest kann man dann gleich wieder mit normalen, mit normalen Steinen füllen. Ja, dann einmal, äh, viel Spaß mit dem stopfen. Mit der Verstopfung. bestenfalls auch an der Stelle, wo es hingehört das ist immer ein bisschen hilfreich hab ich mir sagen lassen ob das jetzt wirklich der Weite entspricht das kann ich schlecht sagen ob das wirklich hilft die Erfahrung hab ich noch nicht machen dürfen so Bettchen ich komme zu dir runtergesprungen schlag die Decke zurück ich falle rein okay, ich habe aber das Bett offensichtlich getroffen sonst hätte es ein bisschen mehr wehgetan ein bisschen mehr wehgetutet genau, ich hätte ein bisschen mehr Zeug von dem Zeug ganz gern fein, fein, fein so, wo habe ich denn noch aufgehört, hier hinten das ist echt unnormal, wie viele Steinsiegel wir verbrauchen aber zum Glück haben wir ja noch genug also gut, ob das jetzt wirklich genug ist das wage ich zu bezweifeln aber wir haben auf jeden Fall noch einen Teil einen guten Teil ach, perfekt und das tut der Schaden das ist doch toll man schläft und wenn man aufwacht, stirbt man am besten noch ja das ist der Nachteil von solchen Moves und wenn man nicht zu weit oben kommt dann stirbst du an den Fallschaden nachdem du aufgewacht bist schon so ein bisschen ein bisschen traurig aber gut was soll man machen vielleicht nicht so eine halsbrecherischen ja ja ich ich hab's verstanden gut ich hab verstanden das heißt nicht dass du so umsetzt ja wo wir den block dann der da wieder weg sehr schön tjo jetzt würde ich sorgen wir brauchen ein paar mauren und wobei ich die mauren tatsächlich als letztes setzen würde wie waren das ist noch gleich genau eine stufe da dann zwei treppen dann bist du eine treppe dann bist du eine treppe und du auch dann darfst du wieder kriegen wir hin ja sollten wir ihn kriegen also ein paar stufen und ein paar treppen komm noch mal eine weitere so du bist eine stufe dann bist du eine treppe und du auch dann darfst du wieder die erste stufe werden dann bist du wieder eine treppe und du wieder eine und du hast ja die große ehre eine stufe zu bekommen ja dann hat sie das jetzt eigentlich oder wusch ja läuft eine mauer noch rein hier nicht vergessen die mauer mal sonst werde ich nämlich sauer ok eins zwei drei vier fünf sechs und sieben nochmal in die letzte ecke wunderbar einmal sieben mauern Mauern bitte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ach toll, ja und dann hat man hier so einen kleinen Bereich, wo man dann vielleicht wirklich nochmal eine Falte runter setzt, ist ja da so einen großen, leeren, äh, unbenutzten Raum, nee, nee, das geht nicht, das, das, das geht wirklich nicht. So, Haxen gebrochen, das ist fein, ganz genau so soll es sein. Ja, tatsächlich ist, äh, der Bereich, den wir heute geschafft haben, nicht so viel größer, wie der hinten bei der, bei der, an die Feld, an der Feldwand auch, oder zum Bergfried hin. Das ist ein bisschen kleiner als das hier, ich meine, das sind jetzt, äh, drei, äh, Segmente gewesen, hier haben wir jetzt, äh, anderthalb oder wie war es? Naja, äh, äh, es ist irgendwas. Gut, dann haben wir vielleicht jetzt ungefähr das Doppelte vom letzten Mal geschafft. Da könnte man ja schon fast anfangen, irgendwelche Prognosen zu ziehen, wie, äh, lange wir dafür brauchen, um diese Reihe jetzt noch fertig zu kriegen, ne? Ich würde sagen, wenn wir die nächste Folge überziehen, ja, nee, überziehen würde ich das jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Ich meine, diese Folge ist auch schon wieder, äh, fast, äh, 1,20. Naja, wenn man sich von hier guckt, dann sieht die Mauer wieder ein bisschen, ich weiß nicht. Also, angenehm finde ich die Mauer auf jeden Fall. Ich, äh, finde die eigentlich recht, recht passend zum, zum Rest. Ihr könnt mir ja gerne in den Kommentar schreiben, wie ihr das so findet. Ich meine, von dem Punkt aus, wo ich jetzt gerade stand, hat man eigentlich wirklich einen wunderbaren Blick auf die Mauer. Ähm, hier ist ja alles schon sehr, sehr eng und gedrungen und hier ist ja auch generell bloß ein kleines Stückchen von der Mauer. Ähm, wenn wir ein paar mehr von den Mauerstücken aneinander hängen haben. Also, wirklich so wie, wie hier dann auf der ganzen Fläche, dann sieht man natürlich auch wirklich, oder dann fällt es auf jeden Fall auch erst wirklich auf, was die, was die Mauer dann wirklich so ausmacht. Und wie ihr schon seht hier, also, eigentlich, äh, wirklich viel mit Felswand, äh, braucht man da tatsächlich gar nicht arbeiten. Eigentlich reicht es, wenn man hier dann einfach nochmal so einen, so einen Steinjockel, so eine Steinjockelleiche nochmal unten hinsetzt. Die dann, ja, vielleicht wirklich auf Höhe der Treppen dann hier ansetzt. Also, dann letztendlich den Diorid wirklich, äh, einen Block hinter sich lässt. Dann ziehen wir die, äh, diese Pfeile hier natürlich auch noch wieder einen Block weiter raus. Vielleicht auch ungefähr auf der Höhe dann. Ja, das, das wäre es dann eigentlich auch schon fast. So als, als, ähm, Terrain oder an die, als Anpassung an das Ding hier. Muss man dann eben bloß gucken, wie weit wir dann runtergehen wollen. Wenn es, äh, wenn es zu steil wird, dann würde ich dann, äh, natürlich die, die Felswände, äh, mit in Anspruch nehmen. Hier auf jeden Fall, bei dem, bei dem Turm. Weil das wird wirklich sehr steil hier. Ja, aber ansonsten, würde ich das, glaube ich, einfach mit der, mit der Stein, äh, Sockel-Geschichte machen hier. Also, in diesem Bereich, ähm, das sind wirklich nicht viele Blöcke. Das sind, äh, äh, drei, vier, Blöcke, höchstens, fünf. Ja, nee, nee, das ist absolut gar kein Problem. Okay. Gut, ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch die, die Folge gefallen hat. Und, ich hoffe, euch gefällt auch das Mauer-Design nach wie vor. Ich meine, das ist letztendlich genau das gleiche Mauer-Design wie, wie in dem kleinen Bereich da hinten auch schon. Ähm, aber jetzt eben ein bisschen mehr am Stück. Gut. Ich hatte, ähm, mir ja auch hier und wieder mal so ein bisschen überlegt, ob man nochmal einen richtigen Bauernhof baut. Ich meine, das da hinten ist, das ist kein Bauernhof. Ähm, und beim Gedanken daran, wo man das Ding dann hinsetzen könnte, ist mir eigentlich, nur die Ecke da hinten eingefallen. Also da, wo wir jetzt ganz ehrlich ein paar Birken und vor allem die Eichen sehen, äh, da haben wir kein Schnee. Dementsprechend haben wir da auch schönes, ja, vielleicht schöne Möglichkeiten. Dann hat man da, ähm, hohe Fels, äh, einen hohen Berg. Ähm, da im hinteren Bereich hat man dann den kleinen Fluss liegen und hier natürlich den nächsten Berg. Da könnte man sich überlegen, ob man dann hier auf diesem Berg vielleicht irgendwo noch nochmal eine Mühle oder sowas draufstellt, vielleicht. Und da unten dann im Tal, äh, wirklich dann so nah an den Fluss angrenzend, meinetwegen auch hier dran, das wird sich dann einfach zeigen. Äh, dazu ein bisschen den, den Bauernhof. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet. Das wäre dann natürlich auch wieder was für, für später. Aber ein guter Ort wäre es auf jeden Fall. Gut. Ja, dann, äh, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das, äh, das Video gefallen und die, das Mauer-Design hoffentlich auch nach wie vor. Und dann, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.